So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer, nein nicht Feuerrot, sondern nur Pokémon Rot. Ich habe, wie gesagt, auch das Kind von Pokémon gefangen, unter anderem dieses Myraplar. Und dazu habe ich noch einen Abra bekommen, dass ich allerdings auf der Pokus lasse, dieses Myraplar möchte ich sogar vorerst mal ein bisschen benutzen. Und zwar ist man im Kampf gegen diesen Jungen hier. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MSN eine Party gebesucht. Fühlst du dich deswegen jetzt cool oder so? Naja, ist ja auch egal. Der Teenager möchte auf jeden Fall kämpfen mit einem Blackboard. Ich möchte mich erst mal ganz förmlich entschuldigen. Es war geplant, dass eigentlich Dienstag und Donnerstag immer sein Einzelnerfahrt kommt. Allerdings hat mein Internet am Dienstag gesagt, no too loud ist das Video nicht. Vergiss es, das Video kommt nicht raus. Ich habe es eingestellt, nachdem ich es aufgenommen habe und bin dann auf den Geburtstag gegangen von meiner Schwester und bin wiedergekommen. Ja, es fehlen noch, wie viel waren es? 15% hätten noch gefehlt, aber es dauert eine Hochladung von 4,5 Stunden oder so irgendwas. Also, ja. Mein Internet hat einfach keine Lust dazu, das hochzuladen. Dann habe ich es versucht, Mittwochmorgen hochzuladen für Mittwochabend. Bevor ich in die Schule gegangen bin, hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich es Mittwochabend hochgeladen, hat auch nicht funktioniert. Habe ich einfach gehofft, dass es, wenn ich es Donnerstag hochlade, dafür dass es dann funktioniert. Ich warte es dann auf den Donnerstag und dann hat es Gott sei Dank funktioniert. Und deswegen konnten wir Donnerstagabend doch noch einen Part Pokémon drücken. Und jetzt, wenn ich jetzt wieder zurück zum Pokémon Center, ähm, ja und jetzt, bisschen noch mal so, dass ich jetzt für Samstag aufnehme. Heute ist Samstag, heute ist Samstag um 12.26 Uhr und entschuldige ich mal kurz. Und ja, jetzt nehme ich den Part auf. Und ich hoffe einfach, dass es klappt. Jetzt den da noch hochzuladen, er hat jetzt vier Stunden Zeit, nein, zwei Stunden. Er hat dann so über zwei Stunden Zeit hochzuladen. Und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Und ja, wenn der Part für heute hochgeladen ist, werde ich mir Sonntag und Montag Zeit nehmen, viele Parts aufzunehmen. Da werde ich gleich eine kleine Session machen, vielleicht wieder fünf, sechs Parts aufnehmen und die dann gleich alle hochladen. Dass es mir einfach so spontaner Internetstreik nichts mehr ausmachen kann. Natürlich hoffe ich, dass es dann alles hochladet, aber Mal sehen, das werden wir dann nächstes mal wissen. Und ich hoffe, dass es funktioniert so sehr. Weil Schule, Arbeit, Hobbys, Freunde und alles mögliche zusammenzubringen, ist nicht gerade das leichteste. Hallo, meine Freunde, meine Freunde, meine Freunde ist cool, auch wenn ich nur eine habe. Göre, möchte kämpfen? Ah, das war die Nidoran-Schwester. Das Myroplass sieht von hinten sehr geil aus, muss man sagen. Los, Red Bow. Schmetternder Bote. Heute hoffe ich, dass ich bis zu Bill komme. Dann können wir im nächsten Part nämlich einen kompletten Part uns Zeit nehmen für die Pokémon Arena von Misty. Und ja, dann werden wir sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe vergessen, auf den Myroplass zu wechseln. Gott sei Dank hat es überlebt. Sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Kann ich es besiegen? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin mir da. 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 Zurde. Sonst wird es halt nichts mehr. mal denn der hat drei kleinsteine was gleiches sondern aber das werden wir gleich sehen sollten eigentlich und jetzt wort jetzt sogar mit der plafon und hoffentlich levels durchschulden kommt genug erfahrung 15 oder so zu erreichen Das wäre echt gut. Das wäre sehr gut sogar. Oh ja, Level 15. Oh, Giftpuder. Oh ja, das ist Macholo. Das wird dann noch vergiften. Critical. Und dann absorben wir es. Alter, nur weil deine Vollzweiferschausen erhöht wurde, musst du nicht jedes Mal Crit machen. Ja. Glaub, das überlebe ich nicht. Hab ich in einen Supertrank. War ja nicht Sonderbonbon alles. Ich weiß es nicht. Ich wechsle lieber. Auf. Nee, du Queen. Du solltest es schaffen. Ich will Smedbon nicht die ganze Zeit wieder fliegen. Overpowered, überlevelt. Oh, Arme ist Macholo. Du machst mir nicht mehr so viel Schaden. Geh in die Stapel. Ja, ha ha ha. Ja, jetzt werde ich... Boah, Alter. Du bist ja durch jede Runde jetzt becrittet, oder? Dammit, Macholo. Noch ein kleiner Stein. Noch ein kleiner Stein. Der letzte für meinen... Müller bleiben. Ich hoffe, ich bekomme dadurch viel Kaffee zurück. Und wenn du ein Turki da mit der Kaffee zurückstückst... Ich weiß es nicht. Die Hälfte war es nicht. Aber da war leider gut besiegt. Du hast mich besiegt. Ja. Was hast du erwartet? Jetzt komm, du. Ich bin richtig cool. Ich hab eine Freundin. Ja, deine Freundin hat gegen mich schon verloren. Du hast gegen mich auch verlieren. Nein. Ratz, Ratz. Kann Mürrapladas... Schafft Mürrapladas... Nein. Uh. Du fühlst mir das so zu betüren. Ja, das macht zu wenig Schaden. Hyperfan. Äh. Looks so good. Entschluss ist hier noch eine Normale. Uh. Uh. Taub sie. Kritik einfach weg. Kannst du doch dem armen Ratzfrax nicht antun. Doch bitte, mach weiter. Ratzfrax. Und ein Ratzfrax. Davor ist Mürrapladas... ...weiß nur doch mal ein Ratzfrax. Denn jetzt... Dernächst kommt jetzt dann erst nur ein Pflanzentrainer. Und da kann... ...ein Mürrapladas nicht gerade das weiß dagegen tun. Boah, Imbaweke. Imbaweke of Doom. Noose. Töte es. Ja, weg damit. Und Leute, ich sage gleich, ich habe nicht so viel Lust, jetzt so viel Tränke zu verschwenden. Deswegen werden wir gleich nach unten gehen. Nachdem wir TM19 aufgenommen haben. Und dann werde ich gleich verhören und Inventer mal ausleihen. Ja, wir gehen jetzt davon gut. Keine Ahnung. Es ist sehr wichtig, dass sie geheilt sind. Vor allem, da ich jetzt dann gleich wieder spitspitschen werden darf. Weil ein Mürraplarking, ein Mürraplar oder ein Knopfenser, glaube ich nicht, den größten Schaden drücken kann. Und das glaube ich nicht nur, dass man sich sogar... Das ist der Nachteil, Vorteil, wie man es sehen will. Was ist eigentlich TM19 so? Guck mir doch mal an. Geowurf. Das war Anziehung, oder? Ein Donnerwille. Geowurf, für die du Queen vielleicht später? Egal. Ablegen. Einmal die TM weg. Die TM weg. Das K4 Plus weg. Das war noch oben weg. Dann die TM01 weg. Nein, Pogobild hat nicht da lassen. Mal den Ather weg. Das Helix, Helix, das Ziel kann weg. Die TM4 kann weg. Die TM45 kann weg. Nein, die Pogobild bleibt da. Die TM19 kann weg. Das Logitech kann eigentlich auch weg. Zu viel. Kannst du aufdorfen? Ja, kannst du aufdorfen. Das Nuckel und das Sonne-Momo kommt mal ganz nah hoch. Die haben möglichst alle unten gezogen. So. Habe ich meine Pogobild schon gehalten? Nein. Gut. Ich habe auch noch dran gedacht. Das war der einzige Vorteil. Ich habe noch dran gedacht. Gut gemacht. Und wir gehen wieder weiter nach oben. Zurück nach oben. Besser gesagt. Und gucken wir mal wie weit wir jetzt demnächst kommen werden. Wenn ich noch richtig liege, müssen wir noch zwei Trainer sein. Dann noch Bill kurz reden. Ja. Ja. Das muss das ungefähr sein. Hier bewege ich mich nicht mehr. Ja, auch freig stript. Ach. Mann. Die haben wir alle schon gesiegt. Und bleibt Kühn und Feuer und die Kierleite. Und dort auch. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen können. Hast du dabei auch gesehen, dass du verlieren wirst? Nein. Ich verliere es als Helden gegen T-Lager. Ah. Rettan. Rette das Tank. Ah. Der war schlecht. Ich weiß. Tut doch. Oh. Wickel mich doch nicht. Wickel ist in dieser Generation noch eine scheiß Attacke. Ehrlich. Eine Kakatum-Attacke. Oh. Kann ich bitte mal aufhören? Kakatum nochmal. Danke. Ich habe nicht gesagt, schon gesehen, dass ich mich jetzt nochmal umwickelt und dass wir jetzt nochmal hier 20 Sekunden nachstehen und nichts tun gefühlt. Außer Schaden drücken. Gedrückt bekommen. Eins, dann da. Und das kann doch nur noch woffentlich besiegen. Oder? Mehrere paar, das schaffst du. Nimm mir sicher. Das kannst du. Ja. Nein. Vielleicht doch. Absorber. Das schaffst du mir, oder? Hab ich gesagt. Mach es fertig. Töte. Ja. Gut gemacht. Und wieder voll. Ich wusste, dass ich verlieren würde. Gut, dass du zu mir zugest. Und der letzte. Mein Freund. Nein. Mein Freundin. Hat so ein süßes Pokémon. Ich bin fruchtbar neidisch. Palm fruchtbar. Sie ist ganz, ganz, ganz fruchtbar. Und jetzt kommt Myraplan. Neben Myraplan. Nein. Der einzige, der sehr fiktive Attackergänger, das ist Meckwurm. Aber ich will Taubsee-Leveln dann jetzt zu Tauboga. Dann kann ich sagen, es ist stärker geworden. Dann habe ich doch irgendwas in dem Part gemacht. Außer, das ist der Gegend umzulaufen. Und sind losgegern zu schnell. Du weißt, der war nicht so viel, oder? Geh zu sein Dank. Ja. Ja. Ich stimme einfach ganz schnell in Myraplan. Dann ist der Kampf hinter uns. Dann erspart du dir viel Leiden. Und ich erspare mir viel Qual. Leiden Qual. Ja, Leiden Qual. Leider ist es doch eine Qual. Aber das werden wir noch sehen, was dann anders wird und was nicht drauf wird. Auf jeden Fall, wir Level 17 erreichen, wenn wir doch klar. Sprachelsprobe erlernt. Und auch direkt nicht Level 18. Verdammt nochmal. Ich brauch noch das Tauboga. Ich brauch noch das Tauboga. auf den Myraplan wechseln. Einfach damit meine Genauigkeit wieder normal ist. Weil ich sonst das Myraplan wahrscheinlich nie getroffen hätte. Niemals in dem Leben. Es absorbt mich. Du machst nicht mehr Schaden als dein Kumpelfreund Kumpelfreund. Crit. So geht das Myra. Äh, Taubsee. Weiter damit. Hopp. Crit ist zu Tode. Crit ist weg. Raus, weg. Ja. Du kümmerst Taubsee. Und yeah. Level 18 auch noch erreicht. Das ist gut. Und naja, was würde ich damit sagen? Du bist neidisch und ich würde sagen, hey, Taubsee entwickelt sich. Das ist nur dein... Tapsi oder Tauboga. Guck mal, ist das gleich mal der Tauboga an. Uh, es ist schnell. Und es ist Level 18. Das heißt, kann auch um zu Schluck. Zur Schültlocke. Ist eine neue Form einer Nutzlocke. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß, was heißt? Ich bin kein... Nämlich einfach bin. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht das aus? Hilfst du mir? Jaja. Ich geh' den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Und dann geht's rein. Wenn ich jetzt rein theoretisch hier rausgehen würde, müsste ich den ganzen Dialog wiederholen. Pepe hat das Zellseparator... ...hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Level up. Es sieht aus wie ein Chinese. Klasse, danke Kumpel. Das tut mir echt was gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein. Und das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Wie behält dein Wohnsticket? In Oranjas sind die Ankert ein großes Kreuzfahrtschiff. Die MS-Ana. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladet, aber ich mag so viel Zubel nicht. Hättest du Lust, da hinzugehen? Ich würde mir aber trotzdem... Ja. Ich würde mir trotzdem deine Pokémon-Sammlung ansehen, weil die ist echt cool. Die ist echt cool. Die ist echt cool. Die ist echt cool. Aquana! Blitzer! Flamara! Evoli! Diese ganzen Pokémon haben wir zum Pokédex eingetragen als gesehen. Sie müssten ganz unten sein. Ja, es sind alle als gesehen eingetragen worden. Leider ist es uns nicht möglich. Alle vier zu bekommen, also alle drei Entwickler zu bekommen, also Ritza, Aquana und Flamara. Sondern nur eins von den drei. Ich weiß echt nicht, was ich hier nehme. Aber wir haben es uns alle drei im Pokédex erst gesehen eingetragen. Zumindest etwas haben wir von allen. Naja. Ab wir ins Pokémon-Center würde ich sagen. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Leute. Und ja, dann werde ich den Padet jetzt dann hochladen. Und hoffentlich wird er pünktlich um 16 Uhr scheinen für euch. Falls nicht, tut es mir unendlich leid. Ungarn leid. Es tut mir Ungarn leid. Zahme Ungarn. Aber naja. Ich denke, ich werde für den nächsten Part nicht lang trainieren. Ich werde es so lassen. Klar, ich werde es die so lassen. Naja. Danke fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall auch beim nächsten Part vorbei. Guckt rein bei Pokémon Blattgrün. Randomized Dance Love Challenge. Und damit würde ich sagen. Bye. 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 Bye.